Hallo und herzlich willkommen bei Battlefield 3 Multiplayer. Diesmal kein Koop. Unser Koop spackt rum. Was sagst du dazu? Äh, ja, ziemlich behindert. Gut, und jetzt... Wie heißt die Karte? Sharky. Genau, kann sein. Auf Conquest. Auf Sturmangriff halt. Da hinten sehe ich schon einen Gegner, den ich nicht ausschalten konnte. Oh, da ist es schief. Die Rakete war unnimmtig. Was wollen wir denn als... Fahr mal nach G. G ist eigentlich das Beste. Ich bin bei E. G. G. So wie die Gans. Achtung, müssen Sie sich neutralisiert, over. Oh. Ja, nur noch wenig Prozent, geh raus. Bin draußen. Klasse Arbeit, Einsatzziele Uren. Bin tot. Oh. Wir haben einen feinlichen Panzer, wir schützen in eurem Operationsbereich gesichtet. Da ist ein Tank, der mich abschießt. What the fuck? Pass auf, ich spawn bei dir. Ist doch einer auf der Milo-Mühe, die hat eigentlich markiert. Oh, da ist ein Panzer. Alalalalalalalala. Geil. Ich hab auch nicht die beste Waffe für diesen Black. Wie, da hab ich den Tank jetzt nicht getroffen, oder was? Gut. Da kommt gleich noch. Der ist down. hier war doch gerade da war gut fängt ja schon naja ich hab 1 1 ich glaub auf der map lohnt es sich ein bisschen zu zweifeln wie ich diese weifer hasse und die ist immer noch so im baar was bei dieser spielmodus wir müssen alle punkte einnehmen dann können die gegner noch bei ihren teammates born oder halt alle tickets weit machen wo sind die hh ich bin bei e ich werde ich auch ja ich werde gerade von b-richtung okay er hat das jetzt auf einer veranda hier ist einer hier ist einer ist dort ich weiß gar nicht wo die sind ich weiß wo der sniper hofft aber ich hole mir den sniper wenn ich da hinkomme ich denke ich bin da das sind voll die kämpfer hier wo alle drei auf einmal sehr geil drei typen ja dreifach kill die waren alle hier oben ok ja das lohnt sich nicht mit der waffe ich komm wieder runter zu f geradeaus ja obwohl ich kann kengen ne doch nicht da ist aber ein spieler das hausfall okay da wo ich gerade hinrennen ich hab den gemessert aber nur von vorne ja ich wollte einfach mal okay um ja D D ist gut da ist ein Panzer hinlegt ja ist ja schlau jetzt kann ich nichts mehr so Achtung könnte dich treffen leckte schön noch lecktes freundlich ich komme mal mit das mal wo ist es dann das keine Chance ja achte die Smormacht wie hat der Typ das aufgelegt überlebt das ist voll komisch die Smormacht keinen Schaden wenn du genau vor dir bist ja ich hab da aber das Auto hinter ihm zerstört und das hat ihm keinen Damage gemacht dann weiß ich das nicht ja was hat der für eine Waffe eine J und G oh ich werde abgeschossen oh ich hasse dich du wiper du wiper ganz ehrlich wenn man fliegen kann schön und gut mach es gegen die Jets bin ich gegen die Boden drum ich bin bei dir du bist über mir wie bist du ah ok ja hier ist irgendwo einer bei B ja ich sehs äh von links von mir aus aua nein wie kann der mich noch treffen nicht nicht schau ha 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 jetzt hat man den gleichen Typen gestorben ok es ist was da ich steig mal im Boot ein hier mit genau Schnellschuss die an an die Waffen ok auf zu 10 10 und raus ich will aber nicht raus hier ist ein Panzerjäger irgendwo da kommt einer gerade hoch ich glaub ey oder was ist der schon oben der ist hinter mir ah ich weiss wo er ist Achtung wir haben das oh war ein bisschen zu oh Mann ich mag die nicht das falsche Visier drauf kann man das irgendwie umstellen dass die an am anfang nicht Nope Spawnmaschine bei C da ist einer im dem Raum drin cc 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 d Kronen die Schwierigkeiten der BTR also die einwillig Mal alle Waffen durchprobieren. Das sieht ja geil aus. Da ist noch einer. Da ist einer beim Punkt. Gibst du mir von da hinten Schutz? Dann geh ich. Ich versuch's. Oh, da steht wieder der BTR. Okay, ich bin im Gebäude. Ach, komm. Du bist tot. Oh, dieser BTR nervt. Ja. Boah. Ich glaub' ich. Die Teams, die überhaupt nicht bei Longs sind, habe ich so das Gefühl. Die besten sind auf der und wir sind noch der. Soll ich die Chavelin oder die RPG mitnehmen? RPG. Noll. Ah, wie hängt der da? Da war ich gerade aufgebracht. Ich gehe durch Treppenhaus. Hier sind mehrere. Einer ist tot. Der Dackel-Camp. Achtung. Wo ist die? Oh, ich hab mich selber getötet. Ganz ehrlich. Steht da noch einer. Leg dich mal hin. Ah, da nicht. Ist der noch da drin? Ja, ist er. Er ist tot. Boah, und ich hab' nur 3% AP. Uh. Ich hab' ja keinen. Ey, altes Regen, aber jetzt nicht gleich wieder. Ist das eingenommen? Ja. Achtung, das Einsatzziel ist verloren. Unten am Gebäude ist einer. Der, oben ist einer, oben ist einer, oben ist einer. Direkt beim Punkt. Ich hab' mehr Tocke gekriegt. Sofort der Spawn bei G. Ja. Komm schon. Ich bin da. Oben? Ja, oben ist einer. Was dir das schmecke? Ich bin sofort tot. Eine MG 36. Fuck. Boah. Das sind zu viele. Troll. Was war denn das für ein Hacker? Nein! Wenn ich nachladen muss, kommt die um die Ex-Mail. Weck gelohnt. Ja. Gut, dass ich das auch aufnehme. Das sieht alles so lustig aus, was hier um mich passiert. Flex und Laserpoint. Alles, was ich mal hab. Du lebst noch? Ich lebe wieder. Ja, stimmt. Du bist auch jetzt im Gap. Tot? Nein, nein, der Typ vor mir ist tot. Wollen wir jetzt ein C? Mach's nicht. Spring dir auf. Ich höre ein Auto. Oh, ganz schlecht. Das ist das Schlechteste, was es gibt. Oh, rechts. Bist du schon bei C? Oh, Granata. Oh, ich bin glücklich. Mein Auto steht hier unten. Oh, da hinten ist einer. Hier irgendwo, ich wurde gerade beschossen. An der Küste ist einer. Ich werde auch beschossen, aber ich sehe keinen. Hinter uns? Links von uns ist einer. Halalalalalala. Down. Ja. Man. Und das stimmt. In Caesar. Nein. Aber.